Soll ich jetzt aufmachen, was? Wie, sollen wir es laufen, oder was? Ne, da müsstest du mal aufmachen. Warte, steck aus. Komm rein, ich deck dich. Das ist doch nie durch. Wenn du so scheiße einparkst. Ah, geht schon. Perfekt. Sieht gut aus. Natürlich. Willst du nicht rein? Ja, dass wir alle abgeschossen werden. Natürlich, komm. Soll der Geiz. Dreh deine Maus ran. Ja, wenn ich es könnte. Ich sehe ja noch nicht mal, oder jetzt. Kann ich die Zombies überfahren, ohne dass ihr Schaden hinten nehmt? Ne, Jens hat mich vorhin schon mal überfahren. Und da ist nichts passiert. Da kann ich einen überfahren, ja? Nein, du kannst nicht überfahren. Dann nehmen wir alle Schaden. Der Mocki sagt, ich habe ihn gerade schon umgefahren mit dem Auto und da ist nichts passiert. Ja, da ist merkwürdigerweise nichts passiert. Eigentlich hätte ich sterben müssen, sagen wir so. Eigentlich hätte ich wirklich tot sein müssen. Eigentlich hätte ich wirklich tot sein müssen. Aber es passiert wirklich was. Dasselbe von hinten. Ja, da ist jetzt der Auto verbunden. Ich dachte, der geht nicht. Einer ist bei mir drin. ja dann fahr weiter ist er jetzt tot oder nicht? ich kann schon wieder keine Waffe nehmen hier irgendwas wenn wir hier aus dem Auto aussteigen warte, wo ist der? habt ihr nen Tod gemacht? da kommt noch einer aber den habe ich bis jetzt nicht so wirklich da rennt er so ein bisschen desorientiert auf dem Platz rum warte den hole ich mann ist das ärgerlich schon wieder ey oh hast du jetzt die Hose fallen lassen ja ich wollte gucken ob überhaupt irgendwas passiert wieder eine Minute warten ne bei mir ging das dann wer ist denn hier drin? Kudi oder? ich hoffe hier ist noch ne dicke Weste hast du eine? ja ich hab eine das kann erstmal nichts haben boah nein eine Olivenweste ey krass was ist denn das hier oben ach so das war ne Weste ne Weste oder was ist denn das ist besser hier oben liegt diese Munition die du brauchst diese mit dem Hai da drauf brauche ich die? nein Jens glaube ich ja bevor mal bevor ich gestorben bin so ich kann das weg ich nehm die mal mit ja gut die hast du jetzt ne 6er Hose an nein ich hab immer noch ne 4er Hose ok dann kriegst du gleich eine von mir hier ist ne Smirsch West hat jemand 45er ACP? was ist das? Munition glaube ich nicht ja warte wie sieht die aus? boah wie sieht die aus? schon lange nicht mehr gespielt ja 5.45? ne ne? ACP heißt die ach ne die tötest du AK74 geiiiil das ist geil AK74 ist geil ey Grabler ich bin zuerst ein Looter ich hab noch gar nichts looten können scheiß Ministerart schießt ihr Reifen kaputt ne warte mal da sind Zombies mach ich platt schnell Makarov Magazin mach ich auch noch eins ja nimm mal mit da haben wir ja zwei Leute die da mitschießen können warte mal die Zombies sollen sich nicht bewegen oh ne hier liegt echt ne Smirsch West rum ja hab ich doch grad gesagt ne Smirsch West hab ich dir nicht zugehört sorry ja aber du kriegst jetzt eine Hose noch von mir komm her eine 6er Hose oder was? kommst du raus? ich hab ein Trumpet gefunden ja ich bin hier in dieser äh was ist das denn? bist du eins weitergerannt oder was? ja äh darfst du aussuchen braun oder kannst du das Makarov Magazin behalten hier brauchen wir uns ja einfach braun ja 527 brauchen wir im Torat ja ich ja okay der ist gefahren du 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 pack ich mal da hin im Attachment im Attachment ist die Waffe riesengeil Alter weg schmeiß ich weg oh ist der Bug immer noch drin mit diesen nein mit dass er die Sachen patchen soll hä mit was mach ich denn jetzt bitte ne Weste wieder ganz weißt du ein anderes von euch? also ich hab jetzt das Nähkästchen und ich hab das Lederpatching was willst du reparieren? äh ne Weste die High Capacity West ich kann das eine noch das andere benutzen dafür ich starte Book oder gibt's da was Neues? ne ich bin da noch der ist ein Buch lehren für ja bestimmt der ist Lern der ist Lern tatsächlich ein zweites ist ja gar nichts drin ne? wart ihr am AUZ? ja ja boah was macht denn der jetzt für Sachen? ja alter Digga wehe du fährst mich um nein man ich bin mit Jens schon vorhin hingekriegt hier ist nix mehr achso die ganz hinten sitzen ja wie geht das? ok du weißt das ich hole ihn nur mit einem One-Shot wie geht das? äh irgendwo ist dann so'n so'n Sitz ganz hinten ganz hinten du musstest ganz hinten stehen ja Uli steig nochmal aus du musst die Sache wegstecken du musst die Sache wegstecken wie sonst die kann ich jetzt aber nicht mehr machen oh Alter Digga 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 W und S verwechselt ja ja hm W und S verwechselt ja du bist ja nicht als Vorsatz ausgegangen jetzt ist richtig? hab ich sie jetzt aufm Rücken? ja ich seh nichts also bei mir liegt nichts mehr und hat er drin? ja meine habe ich auch verloren und hast du verloren? meine habe ich auch verloren meine Waffe und sehe nicht liegt sorry wo hast du sie denn als letztes gesehen? ja hier bin ich in die Karre eingestiegen aber da waren nur so ne Makroauf scheißegal go 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 bei mir bist du gerade voll ins Haus gefahren bei mir bist du gerade voll ins Haus gefahren kannst du mal sehen mhm es gilt's was bin ich? wer fährt? du fährst doch ja gar nicht es ist so laut ich habe auch nichts richtig verstanden was? aber als Beifahrer kannst du überhaupt nichts sehen ob ihr an der rennt oder nicht ne hinten auch nicht mehr du kannst hinten auch nicht mehr zoomen ne da bünt sich doch noch so und verfolgt aber zwei Zombies ne fahr mal schneller komm schon oh oh tschüss ok lange laufen die doch hinterher 60 Sekunden nicht so lange 60 Sekunden je nach was bei Server eingestellt ist je nach was bei Server eingestellt ist oh oh I'm cooling off ganz schön frisch hier hinten sag mal wüsselst du mit mir? nein auf keinen Fall was soll das heißen? wir fallen jetzt zur Insel und ich habe gar keine Schuss drauf ohne Schnell ja du kriegst meine Marco rauf ich habe auch keine guck doch mal hier ist nochmal ein Polizeifang und eine Police Station ja da liegt auf jeden Fall eine Waffe auf dem Boden oder was ist das? ein Rohr? ein Rohr ein langes, hartes guck mal guck mal ja ich bleib sitz guck mal das macht keinen Moni guck mal das macht keinen Moni guck mal du kannst ja mal die Polizei durchsuchen da liegt noch irgendwas ach das ist das Funkgerät ok ich gehe dann sofort eine Reihe hoch also das mit dem Blutverteilen hat sich wirklich sehr sehr drastisch geändert ich weiß jetzt nicht was passiert wenn ich da jetzt drauf hau jedes Mal wenn ich aus dem Auto aussteige kann ich keine Waffen mehr ziehen hat den Zombie jemand? naja ich krieg schon wieder nicht meine Axt genommen ich kann nichts nehmen ich kann nichts nehmen ja ich auch nicht wir müssen neu einloggen oh jetzt habe ich aua sorry 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 und die Benzinleitung getroffen wunderbar wer schießt? ist einer von euch? gar keiner ich habe hier die Tür gebuchst warum machen wir so komische Sachen? Lachen sag ich nicht ich gehe schlafen gibt es da irgend'n trick eh das mit den Scheuss ich habe diese Probleme nicht ok Essen macht er bei mir mach mal den Übersteiger vielleicht hast Du noch was in der Hand sie über das inventarmenü in die hand rein ich kann gar nichts in meiner hand ziehen egal welches alter ich habe schon mal gegessen kleine stück ausgezogen ja aber wenn du es gegessen hast dann ja dann macht er das komischerweise noch mal kurz ans wasser wenn meine mausen weggeschmissen können sie immer noch nicht ich habe gedacht du fliegst jetzt darüber jetzt geht es jetzt hast du wieder weggepackt ist aber echt strange ach du bist das hier noch ja hilft nur relocken erstmal eine Minute warten nächste bug immer wenn du aus dem auto aussteigst okay super optimal ich hatte es auch vorhin mal aber ich habe dann irgendwie weggekriegt freut mich nicht wie ich habe dann einfach gewartet oder sehr sehr permanent auf 12 gedrückt was die shortcuts bei mir sind gar nicht ob ich noch mal reinkommen ich bin jetzt wer war denn das hier ist hier mit dem roten rucksack ich habe einen blauen und guti hat glaube ich einen roten ich habe einen roten warum weil du gesagt du bist ja jetzt hier gerade rumgerannt oder nein du rennst hier nicht vor der imbisbude rum nein ich habe mich ausgelockt wer ist jetzt gerade über die gleise gerannt ich ich habe jetzt gerade den bug wieder mit dem über den zahlen springen ich bin ich in den falschen gegangen ich bin zwei wieder neu eingeloggt waren die die haben gleich auch real aufgemacht drück ist k ich bin ich echt fertig seid ihr in bros only? ja ja only for bros da habe ich doch gar nicht eine minute wo seid ihr? ich stehe jetzt an der karte die bei der polizei wo seid ihr? wo seid ihr? wo seid ihr? Das ist doch ätzend. Wenn du über den scheiß sound springen willst, dann nimmt der was auf Ich schmeiß die Waffe vorher weg bei mir. Der zieht immer meine Axt. Das, was ich auf der rechten Schulter hab, zieht er dann immer.